Ich muss einen Orthopäden gehen, aber ich hab keinen Bock. Weil ich Maus Abuse war auf meinem Mausbett. Der Deo springt auf. Wir waren von uns links. Von uns links bis 110. Guck mal, wir haben die schlechtesten Specs. Links von 110 so ungefähr. Da wundert sich dieser Speck, warum wir so wenig Elo haben. Oder 108, 109. Kennt ihr das, wenn ihr rutschig seid? Was? Wenn ihr dein Günder ist, ich mag sie sehen. Ich bin jeden Tag richtig rutschig, Junge. Wenn ihr... Ich gebe dir einen Tipp. Du kannst passen aus. Der Ritter ist viel... Wie heißt das Staff genommen? Dich? Weil die Watt bin. Achso, stimmt. Ich dachte, du hast alles. Stimmt. Ja, Junge, f*** dich. Ich hab recht. Ich dachte, ich wär rutscht. Die wollen jetzt schon... Wo ist das Eisen? Hast du ein Shred gemacht? Hast du den Shred gekauft, damals? Ist auf dem Weg der Schwert. Ich hab mir selbst schon eins gekauft, Junge. Ich dachte, ich wär rutscht. Wenn ihn dein Borissen braucht. Junge, das ist voll die Umgewehnung. Du willst nicht. Job, 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 Job. Ja, ja. Ey, warum sind wir schon wieder so einen Kilometer unter denen? Ray hat grad geredet und ich war voll fokussiert, Mann. Jetzt hab ich... Was hast du schon wieder genommen? Auf meine Reden? Nein, dass ich Rot-Ecoo machen muss. So. Savage, du hast 45. Ich dachte schon, Siren, warum gehst du jetzt rein, Mann? Nein, ich weiß nicht. Nein. Warum bist du überhaupt da? Hm. Ja, dicker, keine Ahnung. Das sind keine 38. Du hast jetzt wieder zu Höhen. Hm, ja, ich hatte auch die noch von Benni jetzt grad genommen. Warte, ich kenne wieder. Was? 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 Der Tür... Er klickert schon wieder so rein, nein. Er kann nur 18 CPS haben. Hä? Ja, aber dieser Y... Er hat mich mal ein Countdown bekommen und ist geflaggt mit BRC, Digga. Das kriegt man nicht hin. Man kann mit BRC nicht flagen. Er hat irgendwas Angst. Wir haben zwei, beide am Schwarz. Ja, er geflaggt er. Wie flaggt er? Ja, den... Dings. Dings. I don't wanna break down. I always feel like I could break now. But I never let it take me to that place now. I won't never let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay. Was? Was? Was war'mus unternehmen, bitte? Ja. Ah, das ist noch. Das Werk, ne? Ist ja nicht. Wenn nicht, bei unten ist unten rauf. I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planning underground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold inside. I'm alone. Ah, wieder 20 Folkgefauer Bass. Ey, glaubt ihr, wenn ich Diktator von Deutschland wäre? Das wäre heftig. Wenn uns Elo gibts, ja. Das wäre eine richtige Antwort, ey. Oh, Junge, Savage, bitte. Ja. Ich hab's gecoilt. Ich hab's gecoilt. So bad sein. Man kassiert die ganze Zeit in 101. Oh, Junge. Und dann stack. Ich hab's runnit. Alles aus der Ziel raus, wenn irgendwas drin ist. Wenn ich hab' und schon weg, das blieb zu mir ist, das hochgekant, oder? Ja. Ich steck dir hinterher. Meine Mutter hat Rolex-Nach. Alles? Ich bin nicht. Der Risch ist komplett schuldig und du wirst vom Bass-Bowl die ganze Zeit geformt. Wolltspicks wir auf die erste gleich. Ich hab' mit euch. Klar, Digger. Wir haben einen Fakul-Raps. Ein bisschen. Ich hab' zwei Herzen. Boah, boah, tsch. Spam' nur mich, Digger. Durch. Bei... Ey, 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 ey. Nein, ey. Du hast... Der One-Hit-Stick durch, Mann. Neh' mich hier auf. Savage, kannst du hier vorne aufs Bett spiffen? Hier auf mich schau' ich. Nein, nein. Der Andere. Kennst du Loyalty von mir noch? Junge, du meinst, dass du so heftig schüttern konntest. Nein, nicht der, Mann. Der Andere Cpex. Es gibt noch einen Cpex. Nein, es gibt zwei. Nein, es gibt zwei. Nein, es gibt zwei. Es gibt diesen... Es gibt diesen... Der mit vielen Cp-Löder. Ich hab' dich nur safe von mir zwei Erspielen einbauen. Junge, wo kam der jetzt, Herr Benni? Ich hab' nie. Ich f*** dich. Wie macht man den? Oh, Alter, du hast ihn genau dann getroffen wieder. Wie das war. Irgend so eine... Noch einer Daumenstärke. Rettungsplatte, Rettungsplatte. Hä? Ah! Ich hab' sterben, ich hab' sterben. Ich hab' sterben, ich hab' sterben. Geh' weg, ich hab' noch nicht. So, ich bin stark gepusht. Kann man so gut sein wie ich einfach. Ich weiß nicht, ob ich das war. Mit eins hat zwei Schwerte-Typen geballert. Täusch. Na klar, Digga. Ich cheat jetzt so rein. Wirklich. Dieser Y-Y11 ist... Dieser Y-Y11 ist... Der Mitte direkt 18, 18, 18. Wie so ein Unfaller-Typ. Die pushen ja so. Hä? Hä? Was? Du bist ja nicht geflogen. Geleckt. Wie so ein Unfaller-Typ. Ich hab' nie mit dem Dich getroffen. Wie schreit ich. Wie so ein Unfaller-Typ. Du bist ja nicht mit dem Lass-Typ. Wie so ein Unfaller-Typ. Wie so ein Unfaller-Typ. Ich hab' was schon noch im называется. Wie so ein Unfaller-Typ. Nein, er ist so low der Typ. Noch einer kommt. Hey, es warnt nicht wie die spielen. Macht doch absolut nicht. Guck dir den Bow an. Macht CW unter dir, gell? Boah, über euch, über euch, über euch. Oh, voll Damage. Ach nein, Alter. Er wollte gewünscht dir. Wir gehen gerade gegen die Wolken. Sind solche Orts? Hey, Larsher. Hi. Was geht, Drache? Ist du bei dir? Hast du gesehen, Genji? Ich bin noch nicht cool hier. Habe ich meine Picker dabei. Du kriegst du mir da nicht? Warum ist die checken dich nicht? Was? Ich hab noch eine Honor-Question. Ey, wenn du nicht hast, weiß ich auch nicht. Ihr wollt mir zu dritt, kommt dieser Y-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Damage. Eins. Eins. Brauchst 10 jetzt. 100 Picker. Noch einer unten. Jetzt war er... Stick One-Hit oder was? Ja, also... Ja, also... Mindfactor-Dyron-Picker. EC, EC, EC! Scharfe, Scharfe, Scharfe! Und der hat noch einen Pod. Ne, Lapo-Rot. Achtung, Achtung! Unter dir, unter dir! Der hat 4 jetzt. 4 jetzt. Absolut. Der ist getrunken. Achtung! Er kommt! Der kommt! Habst du geworst? Noch einer! Noch einer! Noch einer! Schatz! Schatz! Aber hier ist... Diese. Ja, da ist ja nichts drinne. Da ist nichts drinne. Ist echt alles weg? Hä? Als ob keiner gerafft hat... Klar gegen die Schatz! Unser Base-Safe ist... Hab gedacht, das ist Standard eigentlich. Da ist noch einer oben. Noch einer! Erst der Erkong-Flash! Ne, ne, egal. Wir können liefen. Ich lief jetzt gleich. Ne, lass Takedown. Ich hab noch A9 Scharfe im Moment. Achtung, Achtung! Er kommt drauf! Na klar werde ich gewandert. Fünf Minuten hier. Nö, ich hab keinen Bock mehr jetzt auf die Runde. Oh, ich hab gar nicht hier unten durchgebucht. Ich hab noch nicht zurückgekommen, ne? Achtung! Noch einer Base-Stift! Pass auf! Er ist absolut rechtzeitig da. Als ich Scharfe lag, ist das jetzt worden. Der hat noch Holz weg. Der hat noch Holz weg. Nein, nein. Ja. Unten kommt Night Factory durch. Du kannst auch als Erster reingehen. Du wirst uns verdauen. Aber dann können wir mit der Stärkung gelaufen. Von uns aus rechts will ich das noch verweisen. Savage ist alle los. Kann dann mit Rape online kommen schauen, was wir haben. Nein. Echt nicht? Zweier? Ne. Einer. Aber ich bin schon über den... Hä, ich werd jetzt schon gespampt, Digga. Wtl. Du dritt auf Erste. Man kommt hier aber gut durch. Eigentlich. Jetzt ist nur noch einer Erste. Ich kann... Warum lag man MC jetzt gerade so, wenn ich in deren Base laufe? Äh, B, A, C. Ich hab eins. Ich kann dich schon dringen. Ich bin noch so weit hinten, ne? Lass uns eine scharf machen und warten, wenn das bei denen ist und dann einfach direkt rauf. Schnell.. Das ist eine Scharf. Wäldig zum Trinken? Komm, Trink. Ich trink' auf. Die trinken auch. Ich soll ich drauf jetzt? Drauf, 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 Drauf. Taver, vor, vor. Da einer hat damage geschluckt. Achtung. Das war so gut, dass du reingangst, ich habe bestimmt alles zu dir gegangen und die Bacer da vorne rechts auf, ich konnte die dann auch nicht... Wollt ihr gegen uns? Der Bacer wird mit 13 so abgelenkt über den kleinen Uhrensohn. Hallo? Das ist tot. Wollt ihr gegen uns? Jetzt hat euch alle gelockt, was für Nils war als erstes? Ey Nils, das gibt noch Wache, ne? Was? Kesefuß tot. Ha! Dragon! Ich hab eigentlich gar nicht gemacht.